Also die Verbindungen sind da zu den größten Eliten, Mitgründer von Ripple, jetzt CEO von Stellar Lumens. Ich glaub ihn auf jeden Fall nicht, Luis. Und könnte XRP der nächste sein, hier haben wir ein paar Zeitpläne. Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland, die Familie jetzt ist wieder mal feind. Es ist nun mal so wie es ist, wir sind jetzt alle wieder mal feind. Wir schauen uns unter anderem die Eliten an, die sprechen über Ripple XRP. Hey, abgesehen davon, ja, am Wochenende, was ist passiert, Luis, ne? 15 Milliarden Dollar in XRPs wurden hin und her geschickt. Das schauen wir uns auch an, abgesehen davon, worüber wir auch sprechen müssen, gibt es bald ein XRP Spot ETF. Dies und vieles mehr auf jeden Fall in diesem Video. Um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Bitwavo. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Ja, vorab wollte ich doch gesagt haben, danke, danke an jeden, der mir am Wochenende geschrieben hat, hey, Sina, gute Besserung und sowas alles. Finde ich super, ich wollte euch auch allen antworten, nur ich war echt, ich lag so flach und ich kränke immer noch, das hört man vielleicht an meiner Stimme. Und ich konnte nicht jeden antworten, es tut mir leid, aber es hat mir auf jeden Fall viel bedeutet, von euch allen gelesen zu haben. Und auch danke an dich, Luis. Du hast hier sozusagen, ja, wie ein Löwe, wie ein Bär, hast du, bist du hier vor Ort gewesen und hast natürlich unsere Community mit News versorgt. Auch danke von meiner Seite. Ja, dann schauen wir uns mal an, was ist da passiert? Auf jeden Fall in Davos wurde das gesichtet, Luis. Ja, und zwar das große Treffen in Davos, ja, steht jetzt im Januar wieder an und zwar vom World Economic Forum für alle, die da nichts mit anfangen können. Für alle, die da mit nichts anfangen können, ich würde sagen, schreibt mal an den Kommis, dann machen wir nochmal ein spezielles Video dazu. Es ist auf jeden Fall jedes Jahr ein großes Treffen in Davos, wo sich die Weltelite, sag ich mal, trifft und das hinter verschlossenen Türen und darüber entscheidet, ob wir Fleisch essen, Insekten essen. Wie es generell mit der Politik und mit den Finanzen in Zukunft weitergeht. Also wirklich unglaublich, was da für Leute zusammenkommen. Und hier haben wir nochmal einen Tweet von den Jacks Rippler und zwar das World Economic Forum in Davos 2024. Und Ripple ist auf der Webseite als Zahlungsunternehmen für grenzüberschreitende Abwicklungen tätig. Und wir wissen, dass Ripple schon lange Partner vom World Economic Forum ist, also wirklich mit den größten Eliten zusammen am Start ist. Und hier haben wir nochmal ein sehr interessantes Statement, Zina. Ja, da ist die Monika Long, die neue sozusagen CEO, die neue Präsidentin. Ja, die ist jetzt, immer wieder sehen wir die und die ist anscheinend auch ein bisschen hübscher geworden, Luis. Da wollte ich nur gesagt haben, da braucht Olga auch nicht traurig sein. Aber die Monika Long wird vor allem vor Ort sein. Das definitiv und hier haben wir es nochmal. Krypto sucht Legitimität beim Weltwirtschaftsforum, während der Ripple-Präsident reife Spieler zur Teilnahme auffordert. Und hier Ripple, Circle und Coinbase werden alle am diesjährigen Treffen in der Schweiz vertreten sein. Und wir wissen, Ripple ist langjähriger Partner vom World Economic Forum mit als einziges Fintech-Unternehmen. Damals Stella auch am Start gewesen, aber wir wissen ja, der Jet McCaleb ist dann der Mitgründer von Ripple, jetzt CEO von Stella Lumens. Also die Verbindungen sind da zu den größten Eliten. Wir wissen in der Vergangenheit Verbindungen von Treffen von Christine Lagarde und den High-Executors von Ripple. Also es ist wirklich unglaublich, was hier abgeht. Luis, die buchen für XLM und XRP, buchen die immer meistens nur ein Zimmer. Die sagen, ja, ihr gehört doch zusammen, da buchen wir für euch ein Doppelzimmer. Eine Familie, ja. Ja, die gehören zusammen, so einfach ist das. Und wo XRP und Ripple sein wird, wird auch immer XLM, Stella sein. Das ist, ja, darüber können wir mal ein spezielles Video machen. Und wir haben es schon öfters gesagt, aber wir gehen davon stark aus, dass die immer noch zusammengehören. Ja, und gehen wir nochmal auf die XRP-Spot-ETFs ein, die sehr interessant sind für die Zukunft. Wir wissen, XRP als mit jetzt einzig regulierte Kryptowährung, wenn wir Bitcoin auslassen. Bitcoin hat die Genehmigung der Spot-ETFs bekommen und könnte XRP der nächste sein. Hier haben wir ein paar Zeitpläne und zwar nach der Zulassung der Spot-ETFs Produkte von Bitcoin entstehen in der Krypto-Community allmählich Diskussionen über Spot, XRP, ETFs, wobei einige das erste Quartal 2024 als möglichen Zeitplan prognostizieren. Ich gehe nicht davon aus, das erste Quartal 2024, da wollte ich noch gesagt haben, weil wir wissen ganz genau, die SEC lässt sich gerne Zeit, wenn es um Ripple geht. Wir müssen erstmal die Sache jetzt alles geklärt haben, bis Ostern alles geklärt haben mit der SEC vor Gericht und danach geht das ganz schnell, dann geht das ganz schnell und man kennt sich ja jetzt mittlerweile, man stand ja, sag ich mal, gegenüber sehr oft schon und der Gary Gensler, der liebt uns so sehr, die Ripple-Community und Ripple, deswegen Leute... Ich denke auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal um da zu meinen Statement zu sagen, Ethereum und XRP wird in naher Zukunft kommen, dieses Jahr definitiv. Alleine, dass Grayscale XRP in den Fonds mit aufgenommen hat, ist schon mal ein sehr, sehr interessantes Zeichen. Was ist da passiert, Luis? Wir wissen am Wochenende, am Sonntag vor allem, sind 15 Milliarden US-Dollar in XRP rübergeswitcht worden. 25 Milliarden XRPs, Goya, Janik, vermutlich, sind rübergeswitcht worden. Was ist da passiert? Ja, hier gibt es sehr, sehr viele Vermutungen aus der XRP-Community, zum Beispiel, dass die Börse Bitfinex sehr, sehr viele Gelder in ihre Cold Wallets verschoben hatte oder es Testphasen sind und so weiter. Und zwar wurden am Sonntag 15 Milliarden US-Dollar von XRP überwiesen und zwar diese Transaktion, die 25,6 Milliarden XRP umfasste, sorgte aufgrund ihrer schieren Größe für Stirnrunzeln, da sie fast die Hälfte des gesamten Umlaufs befinden in XRP-Angebots von etwa 54 Milliarden ausmacht. Ja, da gibt es sehr viele Munkeleien, sage ich mal, sehr viel Spekulation in dem Bereich, was das sein könnte. Viele vermuten, dass Bitfinex ihre XRPs in eine Cold Wallet verschoben hat und hier haben wir nochmal ein Statement daraufhin von dem Bitfinex-CEO und er behauptet hier, dass sich bei der Transaktion in Wirklichkeit um einen versuchten Angriff auf Bitfinex handelt, bei dem eine Methode verwendet wurde, die als Partial Payments Exploit bekannt ist. Und dieser Exploit nutzt die Art und Weise, wie das XRP-Ledger Teilzahlung verarbeitet und ermöglicht es Angreifern möglicherweise, Transaktionsbeträge falsch darzustellen. Dieser Angriff war jedoch aufgrund der robusten Sicherheitsmaßnahmen von Bitfinex, insbesondere des Umfangs mit dem Datenfeld Delivered Amount, einer entscheidenden Komponente zur Verhinderung solcher Exploits, nicht erfolgreich. Ich wollte noch meine persönliche Meinung sagen, irgendwie glaube ich den nicht. Er sagt, ja, da war ein Angriff auf unsere Börse und da wurde, hat der irgendein Wort erfunden? Ich sage auch nicht, da war eine Joko-Joko-Kloko-Loko-Transaktion und das war ein Versuch, ein Angriff und sowas alles. Irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, Luis, niemals. Ja, das stimmt. Irgendwas wurde da entweder getestet oder es kann auch sein, dass irgendwelche dicken Fische, irgendwelche dicke Regierungen sich jetzt mit XRP eindecken, dass da irgendwas im Busch ist. Es kann natürlich alles sein, wie du sagst. Ich denke, den wahren Grund wird man nicht erfahren, ihn glauben werden. Aber natürlich ist es auch sehr kurios, weil es halt die Hälfte der ganz gesamten XRP-Menge ist. Und da kann ich es mir auch vorstellen, dass es wirklich irgendein Grund ist und keine wirkliche Verschiebung in welche Cold Wallets oder Testphasen oder sonst was. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit große Transaktionen, große Testphasen meiner Meinung nach gesehen. Noch ganz kurz wollte ich auch noch darauf eingehen, weil wir haben gesehen, wir sind jetzt wieder bei neutral angekommen. Und wir wissen, wir haben vor ein paar Wochen mal ein Video gemacht zum Anfang des Jahres und da war die Gier richtig hoch. Und jetzt ist die Gier auf jeden Fall runtergegangen nach dem Spot ETF, sag ich mal, negative News und dieser Hype ist irgendwie weggegangen. Und die Leute sind nicht mehr so gierig einzukaufen. Ja, wie eigentlich auch es erwartbar war, wir haben da die ganze Zeit drüber gesprochen, Freunde. Wir haben gesagt, dass man nicht zu viel von dem Bitcoin-Spot-ETF erwarten soll, wenn der genehmigt wird, dass der Preis direkt durch die Decke schießt. Wir haben ja eigentlich sogar eher ein Sales-News-Event erwartet, was da auch nicht passiert ist. Wir haben minimale Anstiege gesehen. Aber Leute, das ist ja immer wichtig zu sagen. Hier sieht man ganz klar die Emotionen der Anleger und nicht, dass sie einfach die Realität betrachten. Weil die Realität ist, dass es langfristig sehr, sehr krass für den ganzen Kryptomarkt wird und nicht von jetzt auf gleich einfach direkt auf 100.000 schießt. Also ganz klar hier nochmal, hier sehen wir es auch nochmal im Hintergrund, dass wir ja eine gute Marktphase haben. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt im einen Jahr eine Steigerung. Und jetzt kommen immer mehr Leute in den Markt. Und hier sehen wir auch, hier im Bullenmarkt, dass es auf jeden Fall hoch ging. Und da waren die Leute auf jeden Fall sehr gierig und waren bereit. Wenn die Preise hochgehen, da kommen sehr viele Leute wieder in den Markt und wollen mitmischen. und danach irgendwann mal, wenn es vorbei ist, geht es runter und dann verschwinden auch diese Leute. Nur die OGs, Luis, die halten bis zum Ende und glauben an das Projekt. Jetzt gerade die, die dabei sind, ihr seid auf jeden Fall klasse. Und ich sage euch es, wie es ist, ihr wart damals dabei gewesen. Ihr könnt irgendwann mal in ein paar Jahren sagen, ey, ich war dabei gewesen, als es losging. Ich war dabei gewesen, als die meisten Leute noch nicht dran geglaubt haben. Wir haben jetzt am Wochenende gesehen, unter anderem beim Münchenspiel gegen Hoffenheim, haben wir auch die Werbung gesehen, hier mit Panda. Wir haben auch am Wochenende gesehen, Ajax Amsterdam, auch Werbung. Bitwavo, wir haben gesehen, im Premier League immer mehr Mannschaften, Kryptowährung, Sponsor, 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 ne? USC, überall sehen wir Kryptowährung. Und bei den einen oder anderen macht es immer noch nicht Klick, aber irgendwann mal werden die sich fragen, hey, was ist das da? Ja, spätestens jetzt, nach dem Bitcoin-Spot-ETF-Genehmigung, kann man einfach nur noch den Kopf schütteln, wenn man sich nicht für dieses Thema interessiert oder wenigstens etwas in diese Projekte reingeht. Weil diese Chance, die wir haben, es ist einfach unglaublich. Ja, ich würde einfach mal sagen, um uns zwei, um vor allem die Familie, die am Kränken ist, zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal. Drücken auf Gefällt mir. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt, was habt ihr jetzt in den Wörtern von dem Forum. Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite, in diesem Video. Ein oder anderen Tag.